Jetzt haben wir hier die Sirenenraketen von Funke. Die auch? Ja. Du kriegst ja fast schon Kopfschmerzen. Hier habe ich das leichte Kopfschmerzen weg. Das gleiche nochmal in blau. Das kreischt richtig egelhaft. Orange noch zweimal. Boah, das sind schon abnormal laut. Ich finde die roti sehen richtig geil aus so vom Design. So. Einmal die lilane. Muss ins Ohr zuhalten. Jetzt verlegt er so hinter vier Meter über dem Boden. Zweimal zum Schluss noch die rote. Krass wie laut. Ich habe immer noch und jetzt erst recht Kopfschmerzen. Das ist gut. Das ist gut.